Das ist eine sehr gute Sündung. Das ist eine große Sündung. Das ist eine große Sündung. Wir haben hier noch ein paar Sündung. Aber jetzt muss das sein. Man kommt nach der links, das ist meine Tochter. Die ganze Bibel mit den Palots. Die Architekten. Die wissen Sie immer. Die haben die ganze Becken. Das ist das der Einst. Das war ein ganzes Umstand. Und dann vom Gleichgewicht. Das ist eine Zulstadt. Das ist ein Flugzeug. Das ist ein Flugzeug. Nice. Wie schaust los? Oder wenn wir den Juppe all einen sein. Die sind doch in den Lofen des Waren. Weißt du, was es für eine Logistik bedurft hat? Das hat so funktioniert. Das ist irgendwie vor zwei Wochen oder vier Wochen, vor drei Wochen. Das kam die Dinge mit dem Lofen. Ich denke an den Januar. Vielen Dank. Das macht nichts. Wow! 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 Und zack! Und zack! Haben Sie dann mal gesagt, dass man das Waren noch trocken wie Schaden hat, oder? Weil das hier gesagt ist, dass sie sich Ballons sind. Wer ist dominant? Ziehen die starken Schwachungen? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich komme jetzt mal mit dem Lofen. Wie hat die Kuh ein großes Küche! Tschüss! Töne! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, mal hier zu mir schauen. Genau, schön ein bisschen. Super. Moment nochmal. Ja, sehr gut. Dankeschön. Prima. Das Messer zu zweit halten. Ja, ja, genau. Musst du nicht da? Musst du nicht da? Genau, halt so. So ist besser. Zu dritteln. Sehr schön, genau. Halten Sie ein bisschen mal da runter. Genau. Nee, ist nicht leicht. Das ist ein Tortenschein. Das ist ein Detail. Ja, das ist ein Schmied. Ja, das ist ein Schmied. Aber das machst du wirklich. Dann pack doch mal den schnöten Apfelkuchen gerade mal weg, Dieter. Du kriegst jetzt die Ursache da. Den schönen Apfelkuchen. Wie ist denn halt immer so? So, hier. Kommt so. Genau. Ja, wollen wir mal zu uns schauen? Genau, Herr Röter. Genau, jawohl. Ja. Sehr gut. Ja, schön. Wie ist denn denn die Fotos von oben geworden? Werden wir später drücken. Ja, wollen wir hier zu mir nochmal schauen, ja? Dankeschön.